Das ist Schäfler! Und wie er das ist! Respekt! Respekt! Wie er den mit dem Kopf da reinhämmert. Extrem ärgerlich. Sah so lange gut aus. Und dann jetzt hier Schäfers Flanke. Und dann ist er einfach gedankenschneller. Hals in diesem Fall Kermabuaka und hämmert den Ball mit dem Kopf ein. Also klasse gemacht, Flanke gut, Abschluss gut und das ist auch der Saisontreffer Nummer 4.